Ich denke, das war drei, verschollen eins und ja, fünfmal, mein Gott, das ist perfekt, ich bin abgeregt, aber ja. Denkst du dort an den Europameister? Sie haben 75, für Deutschland natürlich ist immer die höchste oder so, meine Muttersprache ist Englisch, es tut mir leid, ich komme erst aus den USA, aber wirklich, ich denke, dass Deutschland hat gewonnen. Diese Europaschaft, ja, wirklich.